Krankheit aus der Sicht des Ayurveda. Kurze Zusammenfassung von wichtigen Konzepten des Ayurveda und wie wir diese Ayurveda-Konzepte nutzen können, um geeignete Hatha-Yoga-Übungen zu finden. Mein Name Sukadeh von www.yoga-vidya.de Auf unserem Internetkanal gibt es ja schon vieles über Ayurveda und verschiedene Aspekte von Krankheit und Gesundheit. Heute möchte ich besonders darüber sprechen, wie wir über Ayurveda zu Hatha-Yoga-Übungen kommen und auch bestimmten Lebensstilanpassungen können, um Krankheiten besser angehen zu können. Laut Ayurveda gibt es drei Hauptursachen von Erkrankungen. Das erste sind Dosha-Übersteuerung. Das zweite sind sogenannte Amas. Amas wird oft übersetzt als Schlacken, Stoffwechselprodukte, Unreinheit, Gifte. Und das dritte ist zu wenig Agni, also zu wenig Feuer im Bauch, zu wenig Verdauungsfeuer. Eigentlich ist es Jatha-Agni, aber Agni eben allgemein. Wenn man jetzt überlegen will, welche Hatha-Yoga-Übungen bei bestimmten Erkrankungen hilfreich sind, dann kann eine Diagnose hilfreich sein, welches Dosha dabei übersteuert ist. Nehmen wir an, jemand hat eine Vata-Übersteuerung. Zu viel Vata. Ich will das jetzt nicht zu sehr erläutern. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du diese Konzepte schon kennst. Ansonsten auf unseren Internetseiten steht da sehr viel auch, dass du eine Einführung bekommen kannst. Also sind die Doshas irgendwie aus dem Gleichgewicht? Insbesondere wenn ein Dosha übersteuert ist, dann kann Krankheit die Folge sein. Wenn Menschen in ihrem natürlichen Dosha-Verhältnis, in ihrer Prakriti sind, dann ist der Mensch gesund. Ist aber ein oder mehrere Doshas zu stark, dann nennt sich das Vikriti der ungesunde Dosha-Zustand und das kann zu Krankheit führen. Manchmal, wer Yoga übt, merkt etwas zügiger, wenn ein Dosha aus dem Gleichgewicht ist und kann gegensteuern, bevor er erkrankt ist. Manchmal gelingt es aber auch Yoga-Übende nicht, sondern sie merken das erst, wenn die Krankheit da ist. Wenn man zu viel Vata hat, dann zeigt sich das zum Beispiel durch Schmerzen, Nervosität, Schlafstörungen, Unruhe und Ängste und damit zusammenhängen auch verschiedene Erkrankungen. Wenn also eine Erkrankung irgendwie damit zusammenhängt, dann ist es oft eine Vata-Krankheit, wie man nennt. Und dann kann man überlegen, wie kann ich mit Hatha-Yoga-Maßnahmen Vata reduzieren. Natürlich gibt es im Ayurveda Ernährungsempfehlungen, Kräuter und Gewürze und spezielle Massagen und Ölen und Reinigungstechniken. Vom Standpunkt des Yoga würde man sagen, um Vata wieder zu normalisieren, muss man insbesondere wärmen und beruhigen. Und wärmen und beruhigen tun wir zum Beispiel mit Kriyas wie Agni, Sara, Nauli und Ujjayi, unter den Pranayamas, durch Surya, Beda und Ujjayi, indem wir Kapalabhati tief und kräftig machen, nicht schnell und oberflächlich. Es ist wichtig, sich zu erden, was man zum Beispiel durch Standstellungen machen kann. Und man kann sich innerlich zentrieren, zum Beispiel durch Konzentration in den Bauchbereich, durch tiefe Bauchatmung oder Konzentration auf die Wirbelsäule, die Festigkeit gibt. Es ist auch gut, die Asanas länger zu halten, um zum Beispiel die Vorwärtsbeuge länger zu halten, den Drehsitz zu halten. Gut, oder auch der Pfau gilt als gut gegen Vata-Störungen, Pfau gilt als allgemein tridosha-harmonisierend. Wenn man allerdings Vata im Gleichgewicht hat, dann braucht man nicht Vata zu reduzieren. Es ist ja manchmal wird geraten, wer ein hohes Vata hat, der sollte die Stellungen lange halten, einen immer geregelten Tagesablauf haben, erdende Ernährung haben und so weiter. Das wiederum stimmt nicht. Ein Mensch, der zwar viel Vata hat, aber der beim Gleichgewicht sich gut fühlt, der soll sein Vata nutzen, der soll ruhig neue Variationen üben, die Flexibilität entwickeln, seine Talente nutzen, kreativ sein, auf Menschen zugehen und so weiter. Aber wenn eine Erkrankung da ist, die zu viel Vata hat, dann kann man mit diesen und anderen Ratschlägen sein Vata reduzieren und damit die Krankheit zügiger heilen. Der zweite Erkrankung oder zweite Dosha, das übersteuert sein kann, ist Pitta. Pitta kann man gut übersetzen als Feuer. Pitta heißt, dass der Menschen heiß ist, dass er Entzündungen hat, Allergien hat, Geschwüre. Oft ist Pitta verbunden mit Wut, mit Frost, mit innerer Hitze, oft auch mit Fieber. Wenn du also eine Erkrankung hast, die mit einer dieser Symptome einhergeht, dann könnte es an Pitta-Übersteuerung liegen. Und dann kannst du zusätzlich, zu allem anderen, was hilfreich ist, einiges tun, um Pitta zu harmonisieren. Dort gibt es Atemübungen wie Shitali und Siddhkari, Chandra-Beda. Wechselatmung ist auch allgemein harmonisierend, aber nach der Wechselatmung kannst du Chandra-Beda und Shitali-Siddhkari üben. Auch Murcha ist geeignet. Bei zu viel Pitta ist es wichtig, dass man den Wettbewerbsgedanken aus der ganzen Yoga-Praxis rausnimmt, mindestens bis Pitta wieder beruhigt ist. Man kann Asanas mittelmäßig bis lange halten. Tiefenentspannung ist wichtig, Yoga-Nidra ist wichtig, Meditation ist wichtig und man kann auch einiges tun, um zu kühlen, zum Beispiel durch kältere Getränke oder auch mit Kneipchen, Güssen und so weiter. Tiefenentspannung ist zum Beispiel bei Beginn der Pitta-Übersteuerung hilfreich, das sogar zwei- oder dreimal am Tag zu machen. Drittes Dosha, das übersteuert sein kann, ist Kapha. Dass eine Erkrankung mit Übermaß an Kapha zu tun haben könnte, erkennt man an Ödemen, Adipositas, Verschleimung, Wasseransammlung und so weiter. Kapha ist letztlich das Wasser-Erd-Prinzip, so wie Vata das Luft-Prinzip und Pitta das Feuer-Prinzip ist. Und wenn man zu viel Kapha hat, muss man etwas tun, um Kapha zu reduzieren. Insbesondere gelten Kriyas dort als hilfreich. Einfache Kriyas sind Kapalabhadi, Agnisara, Tratak, einfaches Neti. Noch massiver wirken zum Beispiel Einläufe, Kunjal, Kriya. Dann auch Udhyana-Bandha unter den Pranayamas ist besondere Ujjayi und Surya-Beda, die man beide nach der Wechselatmung üben kann. Oder man kann Ujjayi auch in den Asanas integrieren. Auch schnelles und sanftes Kapalabhati ist gut gegen Kapha. Vor allem muss natürlich auch Kapha-Typen oder ein Übermaß an Kapha erst mal durch Motivation angegangen werden. Also es gilt, die Motivation zum Üben zu bekommen. Aber diese Techniken, die ich hier genannt habe, helfen, dass einer, der zu viel Kapha hat, auch letztlich üben kann. Wie gesagt, was ich bei Vata gesagt habe, gilt auch bei Pitta und Kapha. Man kann auch ein hohes Pitta haben, aber trotzdem gesund sein. Wenn man hohes Pitta hat, dann wird man irgendwo konsequent sein. Man wird sich fordern, man will die optimalen Yoga-Praxis machen und das kann der Pitta-Typ ruhig machen. Nur falls Pitta übersteuert ist, dann muss er zwei Gänge runterschalten und mehr entspannen und sanfter üben und den Leistungsgedanken rausbringen. Ein Kapha-Typ im Gleichgewicht wird sie einfach gemütlich üben und die Sachen üben, die ihm gut tun. Ein Kapha-Typ sollte die Asanas so üben, dass er sich darauf freut, sie zu üben und dass das Erste und das Letzte, was er macht, eher gemütlich ist. So kann er oder sie sich dazu motivieren. Allerdings, wenn es zu viel Kapha ist, dann muss er einiges tun, um etwas Bewegung und Wärme hineinzubringen. Die zweite Ursache für Erkrankungen, die manchmal auch zur Ur-Doscha-Übersteuerung erst führen kann, ist AMA. AMA wird oft übersetzt als Unreinheiten, Stoffwechselprodukte, Schlacken, Toxine, Ablagerungen, Blockaden und so weiter. Manchmal sagen die Mediziner, dass der menschliche Körper keine Schlacken hätte. Jetzt rein chemikalisch gesehen ist das sicher richtig. Schlacken ist ursprünglich der Ausdruck für die Abfallprodukte der Stahlverhüttung. Aber in einem anderen Sinne hat der Mensch das sehr wohl im Sinne von, es gibt Ablagerungen im Zwischenzellgewebe, es gibt Verkalkung von Sehnenansätzen, wie man das zum Beispiel in der Kalkschulter hat. Es gibt Kristalle, die sich in die Gelenke hineinbegeben können. Es kann in den Zellen Ablagerungen geben, an den Lungen können sich Teerstoffe beim Rauchen ansammeln und so weiter. Also der Mensch hat sehr wohl alle möglichen Stoffwechselprodukte in sich. Und wenn die Selbstreinigungsprozesse des Körpers nicht richtig funktionieren, dann kann das eben zur Ansammlung führen und zu Erkrankungen. Und so ist es wichtig, dass man AMA's abbaut. In der Hatha-Yoga-Pradibhika werden dort einige Tipps zugegeben. Dort werden zum einen gesagt, man soll üben Kriyas, also Reinigungsübungen, insbesondere Sexreinigungsübungen wie Tratak, Neti, Dauti, Kapalabhati, Nauli und Basti. Dann gibt es des Weiteren auch noch Shank-Prakshalana. Und im Ayurveda gibt es natürlich dann auch noch Panchakarma oder Amakuren. Im Hatha-Yoga wird auch Fasten empfohlen, am besten auch in Verbindung mit Kriyas. Und dann gibt es bestimmte Pranayamas, die dort helfen, Amas abzubauen. Das sind dann insbesondere Wechselatmung und Kapalabhati. Dann gibt es Asanas, die besonders AMA reduzieren. In der Hatha-Yoga-Pradibhika werden dort insbesondere Vorwärtsbeuge, Drehsitz und Pfau genannt, als solche, die AMA reduzieren. Dann gibt es natürlich auch vom Ayurveda noch einiges. Es gibt das Ayurveda-Wasser, es gibt Trifala, es gibt andere Kräuter, die Panchakarma-Kuren und so weiter. Und so wird auch gesagt, wenn Amas stark werden und Agni schwach, dann kommen die Doshas aus dem Gleichgewicht. Und bei den meisten Erkrankungen gilt es auch, Amas zu reduzieren. Der dritte Aspekt im Ayurveda, der wichtig ist zu verstehen, ist Agni. Agni ist das Verdauungsfeuer. Im Ayurveda wird gesagt, wenn Agni nicht richtig funktioniert, dann werden die Nährstoffe nicht richtig verdaut. Sie werden nicht richtig umgewandelt. Denn Agni ist das Prinzip der Umwandlung. Agni ist aber nicht nur das Verdauungsfeuer, sondern auch die Energie hinter allen Stoffwechselprozessen. Ist Agni schwach, dann funktionieren die Stoffwechselprodukte nicht. Dann entstehen wiederum AMA. AMA hat letztlich zwei Ursachen. Zum einen, wir essen das, was nicht gut ist. Oder wir nehmen über die Haut oder über die Atmung Stoffe auf, die nicht gut sind. Und zum zweiten, wir haben kein ausreichendes Agni und dann der Stoffwechsel ist gestört. Und so gilt es, Agni zu steigern. Wir können Agni steigern, zum einen durch bestimmte Pranayamas. Zu den Agni steigenden Pranayamas gehört insbesondere Kapalabhati, Bauchatmung. Dann gibt es bestimmte Kriyas, die dafür besonders geeignet sind. Insbesondere Agni-Sara ist dort gut. Dann bei Pranayama gilt noch bei, die es kennen, auch Ujjayi und Surya-Beda, auch Bastrika gilt dort als gut. In der Hatha-Yoga-Prabibhika werden dann auch bestimmte Asanas genannt, die Agni steigen. Dazu gehört insbesondere Paschimottanasana, Ardha-Matsindrasana und Chirshasana, Sarvangasana, Mayurasana und allgemein Asanas, länger gehalten bei tiefer Bauchatmung. Dann gibt es auch Tipps für die Ernährung, um Agni zu steigern. Die kommen jetzt etwas mehr aus dem Ayurveda, wozu dann zum einen gehört eher Ingwerwasser zu trinken, vielleicht auch eine Scheibe Ingwer vor dem Essen oder geriebenen Ingwer zum Essen. Dann kann man auch bestimmte Kräuter zu sich nehmen und eher scharfe Gewürze zu sich nehmen und so weiter. In diesem Sinne kann man eben auch Agni erhöhen, Amas reduzieren, ein übersteuertes Dosha wieder herunterfahren und dann geht es mit den Erkrankungen in die Heilung hinein. Und so kannst du auch Ayurveda-Konzepte nutzen, um mit Erkrankungen anders umzugehen und eben auch Hatha-Yoga-Übungen so auszuwählen, dass sie zur Heilung führen. Ja, es gäbe über Ayurveda noch sehr viel mehr zu sagen. Hierauf möchte ich mich jetzt aber beschränken. Letztlich dieses Thema war, wie kann man Hatha-Yoga gegen Krankheiten einsetzen aus der Sicht des Ayurveda. Also aus der Ayurveda-Sicht auf die Krankheit, Hatha-Yoga-Übungen auswählen, wichtige Prinzipien. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann klicke schnell auf Gefällt mir, Daumen hoch und teile die Sendung mit anderen. Wenn du Ergänzungen, Fragen, Kommentare hast, dann schreib es in die Kommentare. Mein Name ist Sukadev, hinter der Kamera Fabian. Wir sind von www.yoga-vidya.de Verschiedenste Erkrankungen und wie man sie mit Yoga, wie man eine positive Wirkung auf sie haben kann mit Yoga, findest du auf wiki.yoga-vidya.de Dies war ein Vortrag aus der Reihe Yoga bei Beschwerden von und mit Sukadev-Bretz von www.yoga-vidya.de Bitte geh mit diesen Informationen verantwortungsbewusst um. Sie sind nicht gedacht zur Selbstdiagnose und Selbsttherapie, sondern als Grundlage für ein Gespräch mit Arzt oder Heilpraktiker. Alle Infos zu Yoga-Kursen, Yoga-Seminare und Yoga-Ausbildung auf www.yoga-vidya.de www.yoga-vidya.de